So, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von CitySkylines. Ich bin hier schon mittlerweile dabei, die nächste Insel zu bebauen, nachdem wir hier schon die andere große Insel bebaut haben. Und zwar habe ich mir vorgestellt, dass wir diese Insel hier als neue Industrieinsel verwenden werden. Und da habe ich mir jetzt auch mal ein anderes Verkehrskonzept überlegt, nämlich, dass wir hier einfach wie so einen kleinen Zyklus machen. Bedeutet, hier führt eine Straße außenrum, das ist eine Einbahnstraße. Und hier gibt es noch eine kleine Abkürzung, die führt dann hier rüber und hier dran. Dann hat man nämlich den Verkehr schön aufgeteilt. Die Leute, die hier irgendwo hinwollen, können eben die Strecke hier verwenden. Und die, die hier rüber wollen, können einfach hier fahren. So, jetzt... Was ist denn das hier? Hä? Alles klar, kann man da einfach so bauen? Ne. Okay, kleiner Bug. Macht aber auch nichts. So, hier können wir jetzt auf jeden Fall ja die ganzen Einbahnstraßen etwas weiterführen. Indem wir jetzt einfach so ein kleines Parallelmuster, würde ich mal sagen, so weiterführen. Und hier drüben können wir vielleicht auch noch so eine kleine Abzweigung machen, dass eben hier noch so eine Einbahnstraße rüberführt mit einer kleinen Kurve, dass man hier so rüberkommt. So, hier drüben kommt jetzt in etwa das gleiche hin, bedeutet, hier kommt eine kleine Einbahnstraße hin, die dann am Ende hier hinführt. Weiter geht es hier in etwa. Das führt dann hier rüber. Und ja, also, ich achte jetzt ehrlich gesagt hier nicht, weiß Gott, wie extrem darauf, dass die Straßen parallel sind und der Platz, weiß Gott, wie gut ausgenutzt wird. Und ich meine, das ist im Industriegebiet einfach, ja, überflüssig. Und wir haben hier sowieso schon mehr als genug Bauplätze und da können wir uns jetzt wirklich mal leisten, so ein bisschen, ja, verschwenderischer zu bauen. So, die brauchen natürlich aber auch nochmal wieder alle die Parks. Ah, ich habe nicht genug Geld, was? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal warten. Aber ich denke, wenn wir hier das als neues Industriegebiet haben, ist es auf jeden Fall von der Versorgung wieder einfacher, weil die ja eine direkte Anbindung hier zur Autobahn haben. Und wenn wir wollen, können wir ja auch noch hier vom Hafen eine direkte Verbindung hier rüber machen. Beziehungsweise fällt mir gerade ein, man kann ja mehr als einen Hafen haben. Und wenn wir hier einen Frachthafen machen, ich glaube, das kommt ganz gut. So, was mir aber auch noch gerade auffällt, wir haben hier eine kleine Möglichkeit, die Leute rauszulassen, aber wenn die nochmal hier eine Erdenrunde drehen wollen, können die das nicht. Von daher bekommen die hier jetzt einfach mal noch kurz einen Anschluss, dann können die sich entscheiden, wollen die jetzt hier raus, auf die Autobahn oder eben nochmal neu hier rein. Und dann passt die Sache. Hier können wir in der Zeit sowas nehmen, das verbinden, dann haben wir die Fehlermeldung auf jeden Fall weg. Die ist so ein bisschen nervig. Und ich glaube, wir haben wirklich im Moment so ein paar kleine Probleme, gerade mit der Notunterkunft hier. Wo ist denn die? Hallo? Ah, genau, die ist hier. Ja, okay, jetzt klappt es aber so langsam wieder mit der Nahrung. Und irgendwie sind hier wieder einige verlassene Gebäude, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht erklären, warum. Denn theoretisch geht es unserer Stadt jetzt mal wieder recht gut. So, ich würde sagen, wenn die Nachfrage nach Gewerbegebiet schon so hoch ist mittlerweile, machen wir einfach mal ein neues Gewerbegebiet. Vielleicht einfach mal hier hin. Hier finde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wenn wir nur so gering besiedelte Gewerbegebiete haben, weil, ja, wir brauchen sie ja eigentlich nicht. Ich meine, die hier machen wir ja einfach, damit die Nachfrage wieder auch runter geht und die Nachfrage nach Industrie wieder ein bisschen ansteigt, dass wir das Gebiet hier irgendwann voll bekommen. So, aber jetzt sind wir am Punkt, an dem wir wieder einige Parks bauen können. Das ist wirklich extrem wichtig, ist mir in letzter Zeit mal aufgefallen. Weil nur wenn man Parks hat, geht es auch irgendwie den Firmen gut. Von daher bauen wir jetzt erstmal solche. Im Moment ist es ja eigentlich relativ egal, wenn die inaktiv sind. Macht uns ja im Moment erstmal nichts. Wir könnten jetzt aber schon mal anfangen, die Bahn fahren zu lassen. Straßenbahn ist hier. Okay. Ich würde sagen, wir lassen die einfach mal hier starten, ganz am Anfang. Die soll halt alle paar Meter einfach mal halten. Kann man ja eigentlich schon mal machen. Einfach in jeder Seitenstraße einfach mal so zwei, drei Haltestellen. So, weiter geht es hier rüber, davor, 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 davor. Und jetzt nochmal so mitten rein ein bisschen was. So, und nochmal hier ein kleines bisschen. Vielleicht nochmal hier so ein bisschen im Industriegebiet. Damit die Leute auch gut zur Arbeit kommen. Aber ich denke, sonst brauchen die nicht viel mehr. Von daher können wir jetzt das hier schon direkt wieder zurückführen. Dass die hier eben wieder halten. So, äh, hier. Und? Hallo? Linie abschließen? Warum geht das nicht? Oh, äh, muss ich hier irgendwie so eine Wendestelle machen? Das wäre lustig. Also lustig jetzt nicht unbedingt, aber... Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir das brauchen. So, jetzt aber. Komm. So, das hier ist hier und jetzt abschließen. Okay, theoretisch sollten die Bahnen jetzt sogar schon ausrücken. Da sollten wir vielleicht das Budget für die Bahnen erstmal runter... Ja, okay, ist runtergedreht. Aber hier fahren jetzt auf jeden Fall schon die Straßenbahnen. Finde ich ganz gut. Ähm, Gewerbegebiet hier läuft auch einigermaßen. Kann man gar nichts sagen. Wobei, komm, wir machen einfach mal noch ein bisschen mehr. Dann ist hier so eine kleine Gewerbegebietstraße. Und wenn wir dann das Geld haben, werden wir hier auf jeden Fall einen kleinen Hafen bauen. Dann klappt es hier auf jeden Fall mit der Versorgung auch nochmal wesentlich besser. Und, ja. So, wie sieht's aus? Ähm, Katastrophe ist im Moment nicht in Sicht. Aber wir müssen natürlich auch dran denken, dass wir früh genug anfangen, wieder unsere Schutzbunker zu bauen. Eben die großen Notunterkünfte und weiß Gott was. Äh, da fällt mir grad noch ein, wir könnten... So ein Teil noch hier hinbauen. Und... Hier vielleicht auch noch. Dann sollten wir eigentlich auf der sicheren Seite sein. So, und vielleicht machen wir hier auch noch so eine Tsunami-Warnboje hin. Wenn wirklich was passieren sollte, dann sind wir da auf der sicheren Seite und merken es auf jeden Fall. Und Erdbebensensoren brauchen wir noch. Wäre blöd, wenn hier ein Erdbeben auf einmal ankommt. Dann war's das erstmal mit der Stadt. So, was ist hier los? Ah, jetzt. Okay, passt. So, jetzt im Laufe der Zeit hat sich auf jeden Fall wieder eine kleine Nachfrage nach Industrie angestaut. Was bedeutet, dass wir das neue Industriequiet jetzt endlich... Ja, ich sag mal... ...verwenden können. Da klatsche ich hier... Was? Halt. Nö. Wo? Ja, gut. Auf der Insel macht es mir überhaupt nichts. Ist vollkommen egal. Auch wenn so ein Krater von einer Größe 8,9 schon echt groß ist. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da irgendwas passiert. Von daher, wir können uns einfach ganz entspannt weiter hierauf konzentrieren. Wir müssen halt wirklich früh genug gucken, dass wir Notunterkünfte haben. Deswegen würde ich auch fast schon vorschlagen, dass wir die erste Notunterkunft schon mal... Ähm... Ja, jetzt kommt die große Frage. Wohin? Ich würde die eigentlich ganz gerne hier außen machen, damit wirklich eine gute Anbindung gegeben ist. Dann brauchen wir eigentlich hier auch schon direkt eine. Da würde ich jetzt fast sagen, machen wir hier erstmal eine kleine Notunterkunft. Wo die Leute ganz normal hinrennen können. So, die packen wir ganz einfach mal hier hin. Und dann will ich später noch eine große Notunterkunft hier hin machen. Äh... Wie klappt das? So klappt das. Okay. Dann packen wir die einfach schon mal hier hin. Dann sind wir auf der sicheren Seite und es sollte nichts passieren. Zumindest erstmal. Später brauchen wir dann natürlich noch weitere Notunterkünfte. Ich würde sagen, eine hier und eine noch da oben. Sollte theoretisch ausreichen. Wie sieht es aus mit dem Krater? Da ist noch nichts. Okay. Kann man machen. So, aber die Industrie... Äh... Die brauchen Strom. Den können die aber auch von mir aus haben. Legt mal einfach hier ganz kurz eine Stromleitung rüber und gut ist. Also, das ist ja wirklich nicht mehr das Problem. Irgendwie finde ich es aber auch lustig, wie die Nachfrage nach Gewerbegebiet einfach nicht wirklich runter geht. Okay, schauen wir uns erst kurz einen Krater an. A sinkhole ist passiert irgendwo in der Stadt. Bleib aus der Verlust und kontakt mit irgendwelchen Informationen. Ja, komm. Da ist ja jetzt sowieso nichts passiert. Von daher... Machen wir das Loch einfach mal ganz kurz zu. So, einmal kurz anheben. Hier hoch. Ich meine, im Endeffekt ist es ja sowieso egal, ob wir hier jetzt so ein Loch haben oder... Nicht, aber ich meine, wenn wir das Loch weg haben können, dann... Dann können wir das auch machen. Also... Ich sehe zumindest keinen Grund, warum wir hier jetzt das da lassen sollten. Achso, lol. Der Berg ist schon viel zu hoch. Und ich wundere mich, wann das jetzt endlich mal eben ist. Okay, und fertig. Ich meine, uns bringt es ja wirklich nichts, wenn wir hier das jetzt einfach so lassen. Von daher... Machen wir das einfach mal so. Ähm... So, ja, Katastrophe. Wissen wir, dass nichts passiert ist. Aber ich würde schon vorschlagen, dass wir direkt mal einen Hafen nehmen. Ich meine, wir können den jetzt sogar schon bauen. Gleich. Ab 60.000 können wir hier einen Frachthafen ganz entspannt hinmachen. Ich würde fast sagen, den platzieren wir einfach hier. So, jetzt haben wir 59.000 und 60.000. So, dann kommt ganz einfach noch eine normale Straße hier hin. Achso, das könnten wir auch ein bisschen anders machen. Indem wir hier so eine kleine Straße machen und hier einfach weiterführen. Ich glaube, das ist fast noch besser, wenn wir das so machen. Und das hier können wir jetzt ganz einfach wieder mit dem Stromnetz hier verbinden. Also, im Moment ist es wirklich recht einfach, das ganze Prinzip hier. Und das Schöne ist, wenn das jetzt funktioniert, dann haben wir gleich hier die Industrie am Laufen. Da gibt es keine Probleme mit Lieferverzögerungen oder irgendwas. Und wir könnten eigentlich auch schon, je nachdem, was hier für Gebäude sind, Krematorium, okay. Ähm, ich würde ehrlich gesagt schon ganz gerne die Gebäude hier abreißen. Beziehungsweise die Feuerwehr könnten wir vielleicht nehmen und hier irgendwo hinpacken. Ah, das ist jetzt wirklich nicht einfach. Okay, komm, die Feuerwehr packen wir jetzt mal hier hin. Die Feuerwache, äh, die Polizeiwache nehmen wir auch direkt mit. Packen die hier hin. Und das Krematorium kommt... Ja, hier hin. So, denn das Gebäude hier brauchen wir nicht mehr. Genauso wie die Gebäude hier, die können alle weg. Ähm, und dafür nehmen wir jetzt aber noch eine Autobahn. Ist es hier eine zweispurige Autobahn? Lol, das ist noch zweispurig. Äh. Hm. Ja, gut, egal. Das wird auch trotzdem funktionieren. Wenn wir jetzt einfach hier die Autobahn nehmen, hier hinführen und hier jetzt eine kleine Brücke rüber machen. So, dann können wir hier jetzt die Parallele machen oder nehmen. Und die andere Brücke... Äh, ich treffe es nicht. Jetzt. Okay. Die platzieren wir hier hin. So, jetzt klappt es auch dann gleich relativ entspannt mit dem, was ich mir vorgestellt hatte. Wenn wir dann hier die Autobahn noch verbinden. Jetzt kommt aber erst noch kurz die Autobahn hier rüber. Die Schiffe hier fahren immer noch. Hier sieht alles ganz gut aus. Und die Nachfrage nach Industrie ist wieder gestiegen. Finde ich gut. Da machen wir jetzt dieses Mal hier ein bisschen was. Hier. Hier und... Ja, komm. Führen wir das einfach mal runter. Dann sieht man ja, wie gut das mit dem Verkehr noch funktionieren wird. Und hier müssen wir dann auch die Autobahn ganz kurz weiterführen. Das hier vielleicht das Zweck. Äh, machen wir das kurvig. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall jetzt auch noch die Autobahn so schön verbunden. Da ist ein Waldbrand. Moin. Okay, aber ansonsten funktioniert jetzt glaube ich erstmal alles. Hier kommen natürlich bald noch die ganzen Rohstoffe und alles hin. Äh, die Ampel mache ich hier mal noch kurz weg. Haben wir hier auch Ampeln? Ich glaube nicht. Hoffe ich doch zumindest. Okay, aber jetzt würde ich sagen, passt das erstmal so. Da kommt schon das erste Frachtschiff. Das dockt hier jetzt gleich wahrscheinlich an. Und dann haben wir das Ganze mal geschafft. Die Inseln sind soweit vorbereitet. Sprich, es wird nicht mehr lange dauern, bis die Inseln komplett voll besiedelt sind. Weil es jetzt eigentlich dann relativ schnell geht im Normalfall. Und da fahren die ganzen Autos. Und ja. Ich würde sagen, das war es mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Haut rein. Und ciao. Bis dahin.